Die Garde Ersatzdivision war ein Großverband der Preußischen Armee. Gliederung Erste Ersatzkompanie Garde Pionierbataillon Feldartillerie Ersatzabteilung Nr. Feldartillerie Ersatzabteilung Nr. 1 Ersatzkompanie Pionierbataillon Nr. 2 Feldartillerie Ersatzabteilung Nr. Feldartillerie Ersatzabteilung Nr. 41 Infanterieregiment Nr. M.G. Scharfschützenabteilung Nr. 5 Eskadron 2 Garde Ulanenregiment Garde Artillerie Kommandeur Nr. Fußartillerie Bataillon Nr. Pionierbataillon Nr. Garde Nachrichten Kommandeur Nr. 551 Geschichte Die Division wurde bei der Mobilmachung zu Beginn des Ersten Weltkriegs gebildet und im Kriegsverlauf an der West- und Ostfront eingesetzt. 1914-22. August bis 14. September Schlacht vor Nancy Epinal. 17. bis 27. September Gefecht bei Lagarde. 28. September bis 22. April 1916 Kämpfe zwischen Mars und Mosel. 1915 Kämpfe zwischen Mars und Mosel. 1916 bis 22. April Kämpfe zwischen Mars und Mosel. 23. Juli bis 21. August Schlacht um Fadun. 26. August bis 4. November Stellungskämpfe zwischen Mars und Mosel. 5. November bis 15. Dezember Reserve des OHL. 16. Dezember bis 14. Januar Stellungskämpfe vor Fadun. 1917-14. Januar bis 31. März Stellungskämpfe in der Champagner. 31. März bis 12. April Reserve der OHL. 12. April bis 7. Mai Doppelschlacht Eis Nr. Champagner. 10. Mai bis 20. Juli Stellungskämpfe vor Fadun. 21. bis 26. Juli Reserve der OHL und Transport nach dem Osten. 26. Juli bis 15. August Reserve der Heeresgruppe Eichhorn. 16. bis 31. August Reserve der 8. Armee. 1. bis 5. September Schlacht um Riga. 6. bis 13. September Reserve der OHL und Transport nach dem Westen. 14. September bis 9. Oktober Abwehrschlacht bei Fadun. 10. Oktober bis 25. Februar Stellungskämpfe vor Fadun. 1918-1. Februar bis 20. März Kämpfe in der Siegfriedstellung und Vorbereitung auf die Große Schlacht in Frankreich. 20. März bis 6. April Große Schlacht in Frankreich. 7. April bis 16. Mai Kämpfe an der Ancres, Somme und AVRE. 17. Mai bis 30. Juni Kämpfe zwischen Arras und Albert. 1. Juli bis 3. August Stellungskämpfe bei Reims. 4. August bis 3. September Stellungskämpfe an der Wesle. 9. bis 18. September Stellungskämpfe im Oberelsass. 18. September bis 6. Oktober Stellungskämpfe in Lothringen. 28. September bis 17. Oktober Abwehrschlacht in Flandern. 18. bis 24. Oktober Nachhutkämpfe zwischen Isar und Lies. 25. Oktober bis 1. November Schlacht an der Lies. 2. bis 4. November Nachhutkämpfe beiderseits der Schelde. 5. bis 11. November Rückzugskämpfe vor der Antwerpenmaßstellung. Ab 12. November Räumung des besetzten Gebietes und Marsch in die Heimat. Kommandeure 6.نisiä 7. Western